Fritzchen geht spazieren und läuft durch den Park, sieht die Vögel am Brunnen, die Kinder im Sandkasten und die Sonne scheint wunderbar. Fritzchen denkt sich, heute gehe ich mal dort vorne durch den Wald, da war ich ja schließlich noch nie und geht dann auch schnurstracks auf den Trampelpfad am Waldrand zu. Kaum hat er die ersten Bäume hinter sich gelassen, taucht plötzlich eine Wiese mitten im Wald auf. Die Wiese ist nur sehr klein, aber inmitten dieser Wiese hängt ein Seil. Er schaut sich um, schaut in alle Richtungen, schaut nach oben und sieht, dass das Seil in den Himmel ragt. Nun gut, sagt Fritzchen und klettert hinauf. Als Fritzchen plötzlich oben angekommen war, klettert er an den Wolken hoch und plötzlich steht Petrus vor ihm. Sei gegrüßt, Fritzchen. Du bist auserwählt für dieses Jahr, als Sterblicher den Himmel zu besuchen. Deine Oma ist hier, ebenso wie deine Onkel und Tanten, die dich leider bereits verlassen mussten. Fritzchen freut sich sehr, diese alle wiedersehen zu können. Er trifft seine Oma und verbringt den ganzen Tag mit all denen, die er dachte, verloren zu haben. Als es dunkel wird, sagt Petrus zu ihm, du musst nun wieder hinunter. Leider bist du zu spät wieder hergekommen und das Seil ist bereits für dieses Jahr verschwunden. Die einzige Möglichkeit, die du hättest, wäre, dass ich dich verzaubere. Du kannst dich nun mit deinem Hintern wie eine Spinne abseilen. Das tat Fritzchen dann. Er hing sich kopfüber in die Wolken und drückte dann feste, damit das Spinnennetz ihn runterließ. Immer wieder drückte er, er sah die Erde immer näher kommen. Er drückte hastiger, damit das Seil schneller rauskam. Es wurde ja schließlich schon dunkel und er wollte schnell nach Hause. Er drückte, er drückte und auf einmal hörte er etwas. Fritzchen, Fritzchen, wach auf Fritzchen, du kackst das ganze Bett voll.